tja moin Leute ich spreche Nuk aka das ist wieder back in business und das soll eine Anerkündigung sein und zwar um 15.30 starte ich einen stream wo ich alles erkläre warum ich vom xpk gaming rausgeflogen bin und wie es weitergeht mit youtube, twitch und facebook und so wenn ihr es wissen wollt wie es weitergeht dann schaut auf jeden fall unten in die beschreibung da werde ich meinen livestream account posten und seid auf jeden fall dabei um 15.30 wenn ihr wissen wollt wie es weitergeht dann würde ich vorbeischauen weil ich mache das nur im live stream vielleicht bringe ich auch noch ein video über das ganze und ja dann sage ich noch bewerten und kommentieren nicht vergessen ich bin raus tschö mit ö